Ich habe das vielleicht schwierigste Spiel aller Zeiten programmiert und das Ergebnis hat selbst mich als Spieleentwickler überrascht. Hey, das Level ist viel zu schwer. Ich weiß nicht warum. Zuerst habe ich wieder ein ganz normales Spiel erstellt mit ganz normalem Spieler und ganz normalen Plattformen, auf denen man laufen kann. Kennt ihr ja schon aus meinen anderen Videos. Okay, ich gebe zu, die Grafik ist jetzt nicht die beste. Ich meine, das Spiel ist in einem sehr modernen Style sehr einfach gehalten, das ist ja aktuell sehr im Trend. Aber jetzt kam erst das Spannendste, nämlich das Spiel Stück für Stück immer schwieriger zu machen. Das erste Level wollte ich noch einigermaßen einfach machen. Ich habe da einfach ein paar Zacken hinzugefügt und okay, die bewegen sich, damit es ein bisschen spannender ist. Aber wie gesagt, das ist natürlich noch sehr easy. Junge. Bruder. Alter, das ist so schwer. Ja gut, das erste Level war dann doch schon ziemlich schwer und ich habe echt viele Versuche gebraucht, bis ich das dann geschafft habe. Aber das sollte auch das schwierigste Spiel aller Zeiten werden, deswegen passt das schon. Und im Vergleich zu den nächsten Leveln war das wirklich noch gar nichts. Aber bevor ich das nächste Level erstellt habe, wollte ich unbedingt noch einen Sound dazufügen, wenn man stirbt. Perfekt. Für das zweite Level habe ich so rote Kugeln hinzugefügt, die hin und her springen. Die darf man natürlich nicht berühren, sonst stirbt man. Wenn die Kugeln auf einer Stelle springen, ist es noch ganz einfach unten durchzukommen. Aber wenn die Kugeln zufällig rumspringen, ist es sehr schwer für das Gehirn irgendwie zu berechnen, wo die als nächstes sein werden. Also das ist wirklich sehr schwer, da auszuweichen. Wow, wow, wow. Oh, nein. Oh, Hilfe. Jetzt nicht berühren. Nicht. Gut, gut, gut. Oh, wir haben es geschafft. Bam. Ein paar Ideen aus meinem Spiel sind an Super Mario angelehnt. Zum Beispiel die Kanone hier. Bloß, dass nicht viel schlechter gezeichnet ist. Aber ich wollte ja auch nicht das schönste Spiel machen, sondern das schwierigste. Die Kanonen schießen Kugeln und die töten da einen. Wer hätte es gedacht? Aber damit kann man echt witzige Sachen machen. Auf jeden Fall habe ich ein ganzes Level mit diesen Kanonen erstellt. Nein. Oh, wir haben es geschafft, ey. Die nächste Sache gibt es auch in Super Mario, kommt aber allgemein oft in Spielen vor. Nämlich Blöcke, die runterfallen, wenn man auf ihnen draufsteht. Ich habe ein bisschen rumprobiert, wie lange die Verzögerung sein soll, bis die Plattformen runterfallen. Und letztendlich habe ich eingestellt, dass die fast sofort runterfallen, damit es halt so schwer wie möglich ist. Und kombiniert mit den Kanonen konnte ich dann ein richtig cooles, richtig schweres nächstes Level erstellen. Okay, okay, nein. Okay, das Level ist viel zu schwer. Ich weiß nicht, warum. Ja, bitte, 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 bitte. Ja, ich habe es geschafft. Als nächstes kamen Sprungblöcke dazu. Die schleudern einen halt einfach nach oben. Da habe ich dann noch eine Kanone hinzugefügt. Und da war es dann echt schwer, nicht von den Kugeln getroffen zu werden. Das Coole an den Sprungplattformen ist, von je höher man auf die runter springt, desto höher schleudern die einen auch wieder nach oben. Perfekt, man. Jetzt nur noch die letzte Kanone. Dann habe ich noch eine weitere Art von Plattformen hinzugefügt, nämlich Plattformen, die sich bewegen. Ich muss zugeben, die waren ein bisschen verbuggt. Diese Plattformen habe ich dann wieder kombiniert mit Kanonen, Zacken, Kugeln und so weiter. Das war aber erst der Anfang. Als nächstes habe ich dann Level erstellt, die so schwer waren, dass ich teilweise über 100 Versuche gebraucht habe, um die zu schaffen. Also ja, schreibt bitte nicht in die Kommentare, dass das Spiel zu schwer ist, weil das war auch mein Ziel. Im nächsten Level wird man gleich am Anfang von zwei riesigen Kugeln überrollt. Da muss man ganz schnell drüber springen, weil sonst versperren die einem auch noch den Weg, lustigerweise. Das ist doch Zufall entstanden, sieht echt witzig aus. Dann geht es weiter mit fallenden Plattformen, auf denen Kugeln sind und einer Kanone, die einem entgegenschießt. Das sieht hier jetzt vielleicht leicht aus, wie ich das spiele, aber das war echt sehr lange Übung. Noch krasser ist dann das nächste Level. Hier muss man aufpassen, dass man noch die Sprungplattformen nicht in die Stacheln knallt und in die Kanonenkugeln darf man natürlich auch nicht reinfliegen. Das ist sehr crazy, das Level, aber wenn man es auswendig gelernt hat und wenn man es kann, dann macht es echt Spaß. Das absolut krasseste Level ist dann das hier. Hier gibt es wirklich unendlich viele Möglichkeiten, um zu sterben. Gleich am Anfang haben wir vier Kanonen und eine riesige rote Kugel, in die man nicht reinlaufen darf. Dann eine Sprungplattform, da darf man aber nicht zu hoch springen, sonst fliegt man wieder in die Kugeln, die von der anderen Seite kommen. Dann wieder ein paar verrückte Kugeln, bei denen man unten durch muss. Fallende Plattformen, noch mehr Kanonen und irgendwann kommt dann das Ziel. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann lösche ich das Spiel wirklich. Ja, 259 Versuche, das muss man erstmal schaffen. Ich bin gespannt, wie viel ihr braucht. Der Link ist mrlux.de slash hardestgame und das geht nur auf dem PC, weil ich glaube, auf dem Handy wäre es absolut unmöglich. Schaut gerne meine weiteren Programmiert-Challenges an, das sind mittlerweile echt viele. Hier habe ich zum Beispiel ein Shooter-Game programmiert in nur drei Tagen. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.